Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Neue Verhandlungen über Personalie Maaßen. Kanzlerin Merkel sagte, im Laufe des Wochenendes solle eine neue Lösung gefunden werden. Nach der anhaltenden Kritik hat der SPD-Chef in Nahles gefordert, in der Bundesregierung erneut über die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten zu sprechen. Auch Bundesinnenminister Seehofer willigte ein. Zustimmung für große Koalitionen sinkt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, bekäme die Union 28%, die SPD läge bei 17%, so der aktuelle ARD Deutschland-Trend. Die AfD käme demnach auf 18% und würde die SPD als zweitstärkste Kraft ablösen. Wohngipfel im Kanzleramt. Die Bundesregierung will mit einer Reihe von Beschlüssen für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Dazu gehören ein höheres Wohngeld für Geringverdiener, die Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken als Bauland, sowie einheitliche Regeln in den Ländern. Ziel sind 1,5 Mio. neue Wohnungen bis 2021. Katastrophenfall wegen Moorbrand in Niedersachsen ausgerufen. Der großflächige Torfbrand droht auf benachbarte Dörfer überzugreifen. Starke Winde hatten das Feuer auf dem Bundeswehrtestgelände neu angefacht. Seit mehr als 2 Wochen brennt das Moor bereits, ausgelöst durch Raketentests der Bundeswehr. Erster Herbststurm über Deutschland. Auf der Strecke Bremen-Hamburg raste ein Zug gegen einen umgestürzten Baum. Ein Passagier wurde schwer verletzt. Für Sonntag sagen Meteorologen den nächsten Sturm voraus, bei dem mit orkanartigen Böen gerechnet werden müsse. Das Wetter morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Süden auch länger freundlich. Im Norden bei lebhaften Wind, Schauer und kurze Gewitter. 14 bis 21 Grad.